Ein fröhliches Hallo nach Datteln. Marcel Globisch, Thorsten Hilmann und das gesamte Team von Inhalt und Entwicklung gratulieren dem Kinderpraktivzentrum. Vielen Dank für die interessanten und innovativen Dattelner Kinderschmerztage. Im Namen von vielen Familien sagen wir vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum. Der Deutsche Kinder- und Spitzverein freut sich auf weitere gute Jahre der Zusammenarbeit. Alles, alles Gute nach Datteln. Dankeschön.